Und die Polizei hat natürlich auch so einiges zu tun, unter anderem auch in Milrose, denn da kam es am Freitagabend zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern. Ein 17-Jähriger stieß einem 23-Jährigen zu Boden und schlug dann auf ihn ein. Zudem erlitt der Angreifer, der 17-Jährige, eine Stichverletzung im Bauch. Beide Männer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus oder in Krankenhäuser. Die Polizei stellten das mutmaßliche Tatmesser bei den 23-Jährigen dann sicher. Er wurde vorläufig festgenommen. Und dann noch eine Meldung aus Frankfurt-Oder zum Thema Musik. Denn wer ein Rendezvous mit einem Musicalstar haben möchte, dem bietet der 28. Januar die Möglichkeit dazu. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Songschreiberin, Musicalstar und eine der aufregendsten Stimmen der Gegenwart. Katharin Mehrling ist im Frankfurter Kleist Forum am 28. Januar um 19.30 Uhr zu Gast.